Wir schicken euch den Luftschrauber! Natürlich hätte das nicht... Ich muss sagen, dass er... Ja, aber... Was geht mir denn jetzt so? Sag, ey! Äh... Was? Was? Ja, ja, ja... Ja, 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 ja... Ist hier noch einer? Irgendwo... Okay... Easy peasy... So... Dann hier noch die eine Mission machen... Und dann sollten wir ja auch fast die Bitch töten können... So... Bis zum nächsten Mal... Bis zum nächsten Mal... Hier hat die Sekte das erste Mal Wurzeln in Hope County geschlagen. Alle dachten, sie würde die Dinge hier verbessern. Man kann sich nicht träumen lassen, dass es so weit kommt. Egal. Mach einfach weiter so. Gute Arbeit, Rookie. Ist das zu fassen? Dieses Blitz breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Edens Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn total. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Okay. Ähm... 750. 7 Meter. Oh, da kann ich irgendwie hin. Oh, echtes. Hier hin? Genau. Oh, oh, oh. Oh, brauche ich leider nicht. Okay. So. Was? Zwei Leute nur? Oh. Ja. Hey, fast hätte ich vergessen. Der Laptop verbindet sich mit dem GPS auf deren Booten. Schlau, was? Also finde den Computer, dann die Boote, und dann finden wir ihre Container, die du dann zu Klumpf schießt. Oh, da sind wir auch schon wieder, mal der kleine Unterbrecher. Spiel das aber im Markt gespielt, keine Ahnung warum, aber wollen wir sehen. Eigentlich sollte das jetzt wieder alles funktionieren. Hey, fast hätte ich's vergessen. Der Laptop verbindet sich mit dem GPS auf deren Booten. Schau was, also finde den Computer, dann die Boote und dann finden wir ihre Container, die du dann zu Klump schießt. Okay, wo war der Laptop? What? Ja genau. Ja genau. Oh noo. Hehehehe, ist klar. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. What? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Komm weg schneller man Keine Zeit Wir sollten doch nicht hintereinander laufen Das tut nur weh Rächt bein Boah echt jetzt Hm Oh lecker Pizza Okay ich hab ein GPS Signal Jetzt können wir die Boote verfolgen Du solltest dem Signal über den Luftweg folgen Eddie's Helikopter ist startbereit Gib ihr bescheid dann kommt sie direkt zu dir Aus der Vogelperspektive findest du die Blizz Container leichter Äh Füge Adelaide zu den Teams Bist du Adelaide? Du bist Adelaide War ja klar Sender wollte mir gerade paar Yuga für Fortgeschrittene zeigen Das muss warten Thunderjunk Hier sind ja immer Panzerfäuste zu tun Hab das Ziel gesichtet Da muss nur ein Direktflug auf mich machen Dann ist er da Komm Ja Shit gib mir Deckung Roger Roger Woah Jetzt Ja Tschüss Lass Ich seh das Ding vor mir. Verrühner? Ver... Ich verkiere den Gegner. Alter, nee, jetzt kommt. Oh shit. Jetzt gibt's Sünder, ihr Sünder! Führe Luftangriff durch! Führe Luftangriff durch! Merger direkt vor uns! Teufel, ja! Komm, feck dir nur noch, komm her! Außer da oben ist ein Adam G drauf! Dann hol ich ihn mir selber! Mägoch! Noch mehr Partner! Noch mehr Partner! Im Verstecken sind die nicht besonders gut, oder? Okay! Das würde ich nicht tun! So lob ich mir das! Schön kuschelig in meinem Vogel mit einem süßen Piloten und meinem Schatz Sender im Ohr! Oh, das ist wunderschön! Erinnert mich an... Sei mal still, mein Hübscher! Mama geht gerade in sich! Ich hab zu viele Jahre mit einem Möchtegern-Alpha-Arschloch verbracht, das mir immer sagte, was ich falsch mache und was ich anziehen soll! Dem Herrn sei Dank, dass ich diese 110 Kilo Scheiße los bin! Jetzt hab ich einen süßen Beach-Boy! Du meinst mich, oder? Verstehst du, was ich meine? Ich schwöre, sein Schwanz ist größer als dein Hirn! Ja, mein Schatz, ich rede von dir! Ja! Okay, Schätzchen! Hm... Okay! Tja, Schätze, wir haben ein paar neue Tanzpartner! Wir fliegen da ein paar Peggy-Kluck und Sofian am Arsch, Schätzchen! Schon dabei! Hier klebt ihr nichts im Arsch! Oh nein, Schätzchen! Hey! Okay! Hey! Raster! Guck mal! Das möchte ich doch! Es war gut! Ich bin dabei! Ich bin die Nachmut! Sorry, nein. Hä? Ich füge doch da jetzt hinüber. Gerne! Okay! Nein, danke. Was darf ich jetzt aufschätzen? Da kommt Herger. So zehn. Ja! Ich mach das. Okay, wenn du die Peggy Boote findest, folge ihnen. Die führen dich direkt zu ihrem Großlager. Super! Super! Ich bin der Schlager. Ich bin der Schlager. Ich bin der Schlager. Du musst weg. Scheiß Technik. Du musst quasi den ganzen Fluss absuchen. Irgendwo müssen diese Blitzcontainer ja sein. Das machst du schon. What? Nein, danke. Wunder! Scharfe deinen Blick. Verenge deine Chakren. Wenn du keine großen Blitzcontainer siehst, bist du da nicht richtig. Immer den Fluss lang. Wir finden sie schon. Oh, hier sieht es richtig aus. Wir freuen mich und den Deputy kennengelernt zu haben. Jo, ich weiß, du bist schon drin. Aber ich hatte einen Hirnfleisch. Das war früher eine Mine. Die werden da ohne Ende C4 und anderen Sprengstoff haben. Ideal, um Blitzcontainer in die Luft zu jagen. Oder? Hier ist es gut. Hande jetzt. Hier ist es gut. Die Baskade erwischen mich. Ach, verdammt. Jetzt habe ich Blut auf meinem Fernseher. Ach, verdammt. Jetzt habe ich Blut auf meinem Fernseher. Ach, verdammt. Jetzt habe ich Blut auf meinem Fernseher. Jetzt habe ich Blut auf meinem Fernseher. Das wird bei Gott. Die Container. Rettet die Blitzcontainer. Die Blut auf dem Blitz auf. Die dürfen jetzt nicht zerstören. Lut's. 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 Schau, wir müssen hier raus! Erwägen wir uns! Hey Bitch, wo bist du? Hey, wo ist dieser Fotze? Ich brauche... Ach, fuck off, Alter. Dann solltet ihr große grüne Blizz-Container sehen. Grün wie Grünkohl-Smoothies, nicht wie Avocado. Man erkennt den Unterschied daran, dass... Darf ich jetzt fliegen? Keine Sorge, die werden bereuen, mich und den Deputy kennengelernt zu haben. Und jetzt habe ich Blut auf meinem Stad! Ich glaube, ich sterbe! Hilfe! Ich bin getroffen! Hilf mir! Ach, und dich trauert immer. Gottverdammt! Hilfe! Warum tust du das? Du meinst, du schädest mir damit. Aber du willst sehen, du schädest nur dir selbst. Ich glaube, ich sterbe! Hilfe! Die Container! Rettet die Blizz-Container! Ich brauche Hilfe! 10 noch. Ich bin getroffen! Hilf mir! Was sind die 10 in den Augen? Oh, da ist noch einer. Sanitäter! Ich brauche Hilfe! Was, wenn sie sterben? Ist es vorbei? Oder... Was ist denn, die 10 in den Augen? Die dürfen jetzt nicht zerstören. Oh. Alle, die Arbeit um das Ziel ist abgesehen. Ich kann die Blitzwolken von ihr sehen. Giftige Freiheit in Reinform. Eddie hatte recht mit dir. Ein Zehngang von den Kuhn. Könnte ein Sexding sein. Wann wird voran? Egal, bis später! Wie war das? 15 Minuten. Wir müssen uns zurückziehen! Und zwar das Spiel. Moment. Ähm, 20. Sorry, 20. Es ist... Musik 75 Punkte nach Was kann man denn nicht schnell nochmal